Dual-Use-Güter sind Waren und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck. Sie können sowohl zivil als auch militärisch gebraucht werden. Das unterscheidet sie von klassischen Rüstungsgütern. Deren militärischer Nutzen ist eindeutig. Dual-Use-Güter sind so vielfältig wie die moderne Technik selbst. GPS-Systeme kennt man aus dem Auto. Sie bringen aber auch Langstreckenraketen präzise ans Ziel. Überwachungstechnologien werden von autoritären Regimen dazu genutzt, kritische Stimmen auszuspähen. Darunter fallen oft Medienschaffende und ihre Quellen. Mit verheerenden Folgen. Mit Space-Software hörte auch die Saudi-Arabische Regierung den Journalisten Jamal Khachoggi ab, bevor sie ihn in ihrem eigenen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober 2018 ermorden ließ. Unternehmen aus der EU verkaufen Software zur Erkennung von Gesichtern direkt an den chinesischen Überwachungsapparat. Und China setzt sie zur biometrischen Massenüberwachung landesweit als Baustein umfassender Unterdrückung ein. Auch gegen Journalistinnen und Journalisten. Die Beispiele zeigen, Technologie-Exporte sind ein Kernthema im Kampf um die Pressefreiheit. Um Journalismus gerade dort zu ermöglichen, wo Unterdrückungsstaaten ohnehin schon schwierige Rahmenbedingungen schaffen. Dual-Use-Exporte werden zwar kontrolliert. Die Verfahren orientieren sich allerdings historisch geprägt immer noch an nicht-digitalen Gütern. Deshalb haben IT-Unternehmen bis heute etliche Schlupflöcher, um Überwachungsverkäufe durchzuführen. Auch in der EU. Die Dual-Use-Verordnung der EU wird derzeit reformiert. Reporter ohne Grenzen fordert, dass Überwachungstechnologie künftig nur dann exportiert werden darf, wenn durch Prüfmechanismen in Unternehmen und bei Kontrollbehörden das Risiko für Menschenrechtsverletzungen gemindert wird. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf einen Entwurf geeinigt, der diesen Grundsatz aufnimmt, an vielen Stellen aber zu unverbindlich bleibt. Nun wird es auf die Mitgliedstaaten ankommen, die Reform so umzusetzen, dass keine Schlupflöcher entstehen und die Exportkontrollen mit dem schnellen Wandel der Technik mithalten. Sonst können in Europa einsässige Firmen weiterhin Unterdrückungsstaaten mit genau den Technologien versorgen, die zur Einschränkung der Pressefreiheit benötigt werden.